Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Kommen wir dann zu den künstlerischen Werken bzw. zu der Kunst, die er selbst dargestellt hat. Und zwar hat er sich häufig sehr auf das bäuerliche Leben konzentriert, hat dieses Bauerngenre weiterentwickelt und dementsprechend hat er hier dann auch seine hauptsächlichen Werke dargestellt. Interessant ist das insbesondere deswegen, weil ja hier auch die Landschaftsmalerei natürlich direkt damit verknüpft ist. Insbesondere hat er sich hier auf das Herzogtum Brabant im 16. Jahrhundert entsprechend bezogen und hat dieses versucht dann insbesondere einzubeziehen. Also das ist ein ganz relevanter Punkt, wenn wir uns hier einmal angucken, wie entsprechend dieses bäuerliche Leben dargestellt wurde, insbesondere eben auf das Herzogtum Brabant zu beziehen. Den Höhepunkt der flämischen Malerei sehen viele sogar in ihm und sehen auch da ganz klar einen der wichtigsten Maler, die jemals aus dieser flämischen Malerei hervorgegangen sind. Und er hat immer stets gesagt, er hat nach dem Vorbild von Hieronymus Bosch gearbeitet, der sehr klare Linien teilweise gezeichnet hat und damit natürlich auch einen Einfluss auf seine Malerei später hatte. Die Beschreibung seines Stils fällt grundsätzlich schwer. Man weiß nicht so richtig, wie man ihn beschreiben soll. Am ehesten haben die meisten Literaturwerke versucht, das Ganze mit Manierismus zu bezeichnen. Das heißt, man findet häufig diesen Begriff in den verschiedensten Literaturen als Bezeichnung seiner Kunst wieder. Das heißt natürlich nicht, dass es die einzig mögliche Bezeichnung für seine Kunst ist. Wir wissen, das ist stets subjektiv. Dennoch, ganz wichtig hervorzuheben, das wird häufig betont, Manierismus ist letztendlich zu bezeichnen als eine Art Übergangsform zwischen Renaissance und Barock und bezeichnet letztendlich auch die Möglichkeit der Ausschöpfung aller technischen Mittel, die zur Verfügung stehen, um dann die Darstellung des Extremens zu ermöglichen. Und das ist eben das, was ganz zentral durch Peter Brügel versucht wurde zu erreichen und das kann man in verschiedenen künstlerischen Werken von ihm dann auch sehen. Ich hatte gerade schon einmal angesprochen, die besonderen Motive, die er gezeichnet hat, beziehen sich insbesondere auf das Bon-Genre, sowie aber auch die Darstellung von Volkskulturen. Man spricht in diesem Zusammenhang insbesondere von der Darstellung von Sprichwörtern. Das lässt sich insbesondere an dem Wort das Schlaraffenland sehen. Das ist eines seiner Kunstwerke, die durchaus sehr bekannt geworden sind. Man kann generell sagen, es sind nicht so viele Kunstwerke jemals ihm eindeutig zuzuordnen. Man geht davon aus, dass rund 40 Kunstwerke ihm eindeutig zuzuordnen sind. Das ist weitaus weniger als andere Künstler, die sehr wichtig geworden sind. Zum Beispiel Edvard Munch, der natürlich viel später kam, aber der viele hunderte Werke geschaffen hat, einfach nur mal als Vergleich und als Einordnung. Man muss aber hier natürlich auch immer Relation setzen. Er hatte natürlich ein sehr kurzes Leben vermutlich und dementsprechend kann man natürlich davon ausgehen, dass er dann auch weniger Kunst schaffen konnte. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch noch mal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr noch mal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt noch mal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zunächst zur Biografie bzw. zur Einordnung von Pieter Brügels Leben. Und das ist ganz interessant, denn es fängt an mit einer unbekannten Geburt. Man weiß nicht so richtig, wann er geboren ist. Man schätzt, dass es irgendwo zwischen 1525 und 1530 ist. Am wahrscheinlichsten gilt heute, dass er 1530 in Bereda geboren ist. Und auch hier sind sehr viele Umstände ungeklärt. Man weiß nicht so richtig, in welchem Elternhaus er aufgewachsen ist. Man kann das Ganze nicht einordnen. Das Erste, was bekannt geworden ist, bzw. das Erste, was man so richtig über ihn weiß, ist, dass er Schüler des Adwerpner Künstlers Pieter Köke von Elst war. Später wird das auch noch relevant, denn er wird die Tochter von seinem ehemaligen Lehrer dann später heiraten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wichtig ist das insbesondere, weil er in der renommierten Kupferwerkschaft Hieronymus Kock arbeitet und dort dann auch später wieder zurückkehren wird, nachdem er eine bedeutende Italienreise hat. Also eine ganz frühe Einordnung bzw. eine ganz frühe Lehre, die hier für ihn ganz relevant sein wird. Und das ist natürlich spannend, weil auch so ein bisschen zu erklären ist, wie seine Kunst überhaupt entstanden ist, wie der Wille von ihm entstanden ist, sich künstlerisch zu betätigen. Und so ist dann auch einzuordnen, dass er später dann tatsächlich auch einer der bekanntesten flämischen Künstler wird, die aus dieser Zeit hervorgegangen sind bzw. die historisch gesehen auch am weitesten hervorzuheben sind. Interessant ist, ich hatte es gerade schon einmal angesprochen, er hat dann eine bedeutende Italienreise gemacht und dort hat er die Liebe zur Landschaftsmalerei entdeckt. Er war einige Zeit in Rom, hat aber auch andere italienische Städte bereist und um 1530 bzw. 1550 war das natürlich eine ganz, ganz große Reise nach Italien. Es war natürlich nicht eben mal in den Flieger steigen und aussteigen, sondern es war eine sehr anstrengende Reise natürlich auch, die ja dann später auch andere berühmte Dichter, Denker und Künstler gemacht haben. Goethe fällt einem da sicherlich direkt als erstes ein und hier sieht man auch, dass es einen enormen Einfluss auf das Leben hatte, auf die Biografie hatte, denn er hat sich hier dann insbesondere zur Landschaftsmalerei weiterentwickelt und ist dementsprechend dann zum Maler der niederländischen Renaissance avanciert und hat dementsprechend dann auch seinen künstlerischen Einfluss so ein bisschen aus dieser Zeit mitnehmen können und da dann ganz prägende Ereignisse gehabt. Außerdem ist er Vater zweier Söhne. Das ist natürlich insofern interessant, weil er diese beiden Söhne relativ spät bekommen hat. Er stirbt ja schon am 9. September 1569, also vermutlich im Alter von 39. Man kann maximal sagen, er ist 45 geworden. Früher ist er sehr wahrscheinlich nicht geboren und das ist natürlich dann sehr tragisch für seine jungen Söhne, die dann aber darüber hinaus auch wichtige Meilensteine in der flämischen oder niederländischen Kunst beigebracht haben. Interessant ist, dass er in Brüssel gestorben ist, wo er dann auch lange Zeit eben mit seiner Frau zusammengelebt hat, die eben die Tochter von Peter Köck von Elst war und dadurch natürlich auch so ein bisschen das Ganze hervorgegangen ist. Beigesetzt wurde er in der Kapellenkirche genauso wie seine Frau dann später auch. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um Peter Brügel. Wir wollen euch das aber abschließend nochmal zusammenfassen, um euch einen optimalen Überblick zu gewährleisten. Also ganz wichtig zu merken, wir wissen nicht so richtig, wann er geboren ist. Unbekannte Umstände. Wir wissen allerdings, dass er künstlerische Hilfe von Peter Köck von Elst gesehen hat und dementsprechend natürlich Arbeit in der Kupferwerkstatt Hieronymus Köck hatte. Er hat eine bedeutende Italienreise, der die Liebe dann auch zur Landschaftsmalerei entdeckt hat und er ist letztendlich auch ein Maler der niederländischen Renaissance, Vater zweier Söhne und stirbt dann relativ früh vermutlich am 9. September in Brüssel, wo er auch lange Zeit mit seiner Frau zusammengelebt hat. Die Darstellung des bäuerlichen Lebens und dabei insbesondere natürlich auch der Bezug zum Herzogsrubraband war stets ein zentraler Teil seiner Kunst. Später lässt man sich insbesondere auf die Motive des Bauerngenres oder der Darstellung der Volkskulturen zuweisen. Manierismus ist dabei eine Übergangsform, die zwischen Renaissance und Barock mit Ausschöpfung aller technischen Mitteln beschrieben werden kann und das ist praktisch die Möglichkeit, seinen Stil am ehesten noch zu beschreiben. Das findet sich in vielen Literaturen wieder. Wichtig ist allerdings hier zu betonen, natürlich ist es subjektiv und natürlich kann man es auch anders beschreiben. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um Peter Brügel. Falls es euch gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren, das ist kostenlos für euch, habt ihr aber immer eine Übersicht über die neuesten Videos, die wir für euch veröffentlichen. Und ansonsten kommentiert gerne, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder auch ein bisschen Lob für uns, freuen wir uns natürlich auch. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!